In unserer schnelllebigen, globalen Welt sehnen sich viele Menschen zunehmend nach Regionalität und menschlicher Nähe. Darauf setzt die Haspa schon seit Jahren und wird es in Zukunft noch viel stärker tun. Mit der Haspa-Filiale 4.0, das Herzstück im Multikanalbanking. Wir haben das Thema Bank neu gedacht und vieles auf den Prüfstand gestellt. Herausgekommen ist eine ganz neue Filialgeneration. Hier wird die regionale Verbundenheit der Haspa mit Hamburg noch anfassbarer. Drei Elemente greifen dabei eng ineinander. Die neue Raumgestaltung, unser Umgang mit den Kunden und das, was vor Ort passiert. Und das muss nicht immer was mit Banking zu tun haben. Der Kerngedanke, die Filialen werden zum lokalen Treffpunkt, an dem sich Menschen aus der Nachbarschaft austauschen, wo sie sich wohlfühlen, willkommen fühlen. Gemeinsam mit Kunden, Nichtkunden und Mitarbeitern ist die Vision der neuen Filiale entstanden. Nach den Planungen haben wir in unserer Musterhalle den Prototypen gebaut. Noch im Bau wurden Ideen überdacht und weiterentwickelt. Hier verbinden wir die reale Welt mit der digitalen. Jede Filiale wird ein wenig anders aussehen, passend zum Stadtteil. Den Stil ihrer Filiale können die Mitarbeiter in Teilen selbst bestimmen, zum Beispiel wie die Besprechungsräume eingerichtet und benannt werden. Moderne Möbel ermöglichen eine viel ungezwungenere Kommunikation. Farben und Materialien vermitteln eine wohnliche Atmosphäre. Die Besucher werden an einem zentralen Tresen empfangen. Für die Beratung gibt es offene und geschlossene Räume. Hier können bei Bedarf auch weitere Experten per Video zugeschaltet werden. Ein großer Holztisch mit iPads, kostenloses WLAN sowie eine Kaffeebar fördern die Vernetzung und den Austausch der Menschen. Dafür sind wir der Gastgeber. Unsere Mitarbeiter kennen sich gut aus in ihrem Stadtteil. Dieses Wissen möchten sie an ihre Kunden weitergeben. Als Hamburg-Kenner und Tippgeber. Wir wollen informieren und die Menschen aus der Region miteinander vernetzen. Bei uns trifft man sich und redet über Dinge, auch über Finanzen hinaus, wie etwa das nächste Stadtteilfest oder einen Flohmarkt. Unser soziales Engagement zeigen wir ganz konkret auf den Stadtteil bezogen über einen interaktiven Bildschirm. Wer soll eine finanzielle Unterstützung bekommen? Dafür binden wir die Kunden ein. Lokale Geschäfte oder Vereine können sich im Schaufenster oder auf Ausstellungsflächen präsentieren. Wir werden lokale Aktivitäten und Veranstaltungen, wie Konzerte oder Lesungen in unseren Filialen, noch stärker fördern. Wir freuen uns auf Sie!